Die Aufnahme läuft jetzt auch und ich habe hier irgendwo gerade eine Mission gesehen. Da. Ich bin immer noch im Glitch und wir reiten gleich wieder zu einem Spot, wo wir... Wow, das war voll umständlich, wie ich gerade gelaufen bin, aber ist egal. Hallo. Ein normales Epos reicht nicht mehr, sollte ich mir eine Trophäe besorgen. Ein Epos und eine Trophäe, damit werden mir alle schöne Frauen zu Füßen liegen. Was machen wir? Leveln. Okay. Ich denke, ich brauche ein neues Accessoire und es soll von einem Ork bekommen. Wobei, wann bin ich jetzt hoch genug? Ich weiß gar nicht, welches Level bin ich? 31. Wo ist mein Pferd? Boah, ich renne ja immer im Kreis. Ähm, also ich habe mehrere Missionen, die ich abgeben kann. Ich würde dort jetzt einfach mal spontan hinreiten wollen. Asura, warum geht es dir so gut? Nicht, dass ich mich nicht darüber freue, aber warum geht es dir so gut? Auf, dass es dir so gut geht. Nein, das definitiv nicht. Lass mich an deiner Freude teilhaben. Emilia läuft ganz okay bei mir und bei dir. Ich denke immer, man muss das Pferd selbst beschleunigen, muss man aber gar nicht tatsächlich. Asura ist bestimmt... Oh Gott. Ich kann mir jetzt gar nicht... Asura, bist du verliebt? Stalker. Asura, bist du verliebt? Was ist da los? Bei mir steht, dass du League of Legends spielst. Leute, ernsthaft? Ich habe League of Legends heute nichtmals angemacht. Das funktioniert. Schau, ne, beide, alle. Switch. Oh, ich habe das Spiel nie geändert. Hopsala. Ich wusste, irgendwas hatte ich vergessen. Ist geändert. Okay. Danke. So, blenden wir den Maus mal aus. Wartet mal. Wir gehen einmal hier zurück in den Start. Ja, ja. Gehen einmal hier zurück und wollen dann hier... Das... Wartet mal. Ne, wir reiten doch dahin, wo wir gerade hinwollten. Muss das Fährt ja irgendwo noch Safety hinstellen. Ah, war zwar geraten, aber Trepperchen... Nicht, nicht, hm. Dann denke ich, ich weiß auch wer. Also da war jedenfalls ein Name öfters bei Asura. Beim Asura. Wie bitte? Oha, oha. Hast du eine Freundin, Asura? Scheiße, wo stelle ich denn das Pferd sicher hin jetzt? Ähä. Aua. Ich wurde angegriffen. Aua. Ich wurde schon wieder angegriffen. Geh mir nicht auf die Nüsse, bitte. Dankeschön. Ja, ja. So, wir reiten mal eben hier raus wieder, dass ich einmal kurz auf die Karte gucken kann, einmal hier eine Marke setzen kann und dann reiten wir zu Justin jetzt. Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Ja, ja. Noch nicht? Wannst du da etwas an? Das ist dann die Frage, Asura. Ich habe einen gestrandeten Träger gefunden und da drüber stand, dass es ein Quest-Ziel für mich wäre. Ich bin aber weitergerannt. Ja, die Frage ist, ob du leveln möchtest oder questen möchtest. Je nachdem, wie du das möchtest. Was hattest du denn gesagt, bis wir bei den Orks leveln müssen? Bis Level 34. Ja, also. Hat sich doch die Frage beantwortet. Oh, ihr beiden seid so gemein, dass ihr das unter euch beiden geradeaus macht. Das ist so gemein. Die kriegen die Freude auch nicht. Ist bei uns beschissen, ich liebe es. Ja, ja. Labert nur übers Wetter. Macht es einfach. Es soll mir doch alles egal sein. So, was für eine Quest hier. Oh, fertig. Hupsala. Nicht vorgelesen. Oh, was hat er denn für eine Quest? Hallo? Oh, du bist aber groß. Ja, du bist wirklich groß. Ich hätte nicht fragen sollen. Ich sagte denen, dass ich jede Unterstützung annehme. Und jetzt seht euch an, was ich bekommen habe. Hey, nur weil ich klein bin. Was soll ich mit diesen Frischlingen anfangen? Ihr seht wesentlich besser aus. Muskeln an den richtigen Stellen und ihr will recht Kampf erfahren. Das sollte für den Banditenkrieger reichen. Oh, richtig. Wie wäre es, wenn ihr diesen Rekruten erklärt, wie man effektiv gegen Banditen kämpft? Möchtest du mit denen jetzt reden, oder was? Hallo? Du bist doof. Du bist auch doof. Ähm, hier unten war noch was. Genau, hier hatten wir noch eine Quest fertig. Habt ihr auch so dermaß mega gutes Wetter? Isa, ich kenne sie auch nicht. Nur man liest halt. Also Namen. Ah. Ich glaube, ich werde demnächst dann auch ein bisschen stalken. Das ist ein Pilz. Woher wusstet ihr, dass ich die liebe? Danke. Oh, die sind vorm Anführer. Ich will die Armee nicht beitreten. Sagt ihm das. Du wirst wirklich von Pilzen bestochen und dann willst du da nicht gegen... Unglaublich. So, wir lassen unser Pferd jetzt hier stehen. Hups, das war die Fertsch-Taste. Er rennt schon mal weiter. Ich folge dir jetzt einfach. Ich habe zwar noch ein paar Quests abzugeben, aber die kann ich auch später abgeben. Okay. Block ist raus. Nur Dark darf. Okay. Das ist voll gemein von euch. Ich habe hier noch eine Quest zum Annehmen. Sagt mal. Hallo? Das sagt er jetzt. Hallo? Wir können... Also warte, du musst vorrennen. Ich weiß gar nicht, wohin. Ach, ihr Bein. Hier über die Brücke und rechts. Über welche Brücke? Wie ist es keine Brücke? Rechts von dir. Die habe ich nicht gesehen. Gebe ich zu. Gebe ich zu. Gebe ich zu. Vergiss deine Milch nicht, sagt er. Natürlich. Ich wünsche, ich hätte zu Hause noch Milch. Hm, stimmt eigentlich. Wir sind doch ein großer Schwarm. Oh, warte. Ich muss meinen Vogel rausholen. Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wie man kämpft. Oh, so nicht. Ich habe einen Pott genommen. Oh. Hä? Okay, das war es nicht. Okay, warte. Okay. Okay. Das wird ein bisschen Frames reinfressen. Oh. Oh. Okay. Ich mag das so nicht. Was denn? Die Leveln hier. Oh. Ach, sind wir das gar nicht? Oh. Ja, ist ein bisschen kompliziert gerade. Äh, der arme Pott, er wurde missbraucht. Welcher Pott wurde missbraucht? Achso, mein, ja, mein Heal-Pott. Das stimmt. Hey, wo sind denn da noch Gegner? Was greifst du da gerade an? Gegner, der versteht. Warte, ist das dein Wolf? Ja, ne? Und da, damit, meine Brille ist dreckig. Ich will nicht sauber werden. Hm. Abspülen mit Wasser oder so, vielleicht? Vielleicht bringt das was. Fertig. Fertig. Hier sind keine Gegner für mich. Was machen denn da? Ah, es kommt wieder. Ah, es kommt wieder. We arrived until we got banned. Insidentally. Hm. Hm. Der HR ist mir zu schnell. Er hat mir geguckt, ob ich es den, ähm, Bogenschützen einladen könnte. Funktioniert er aber so weit nicht. Also siehst du, ich hatte mal eine Energie übrigens ins Leveln hier. Ach, muss ich später machen. Hä? Hä? Vorbeigesleidet. Oh mein Gott, wie lange ist Tobi denn jetzt gebannt? Bitte wieder. Ich verstehe gar nicht, wie das, äh, warum die, ähm... Ach doch, ich verstehe, glaube ich, wieder, wie das geht. Junge, bleib doch mal hier. Oh mein Gott, wie lange ist Tobi denn jetzt gebannt? Immer kurz, wenn du... Oh! Bitte, lass mich dich bloß nicht ein... Laden. Wieso geht das nicht? Och. Ey Junge, dann gehen wir nicht auf den Sack. Wieso geht das nicht? Wie läuft der? So, ähm, hi. Hey Tobi, du kannst nicht antworten, aber ich schätze, du sagst gerade Hallo. Er ist entbannt seit einer Weile. Ich bin sehr stolz auf dich, Dagnis, ja, dass du das hinbekommst. Ich bin sehr stolz darauf. Hast du, hier wird noch ein richtig guter Moderator. Und jetzt wurdest du ja sogar schon für andere Streams geklaut. Von daher. So, worum geht's hier gerade eigentlich? Genau, wir leveln einfach bis Level 34 hier hoch. Versuchen ein paar Blackstones hoffentlich noch abgreifen zu können. Und ja, ich meine, es geht eigentlich ganz zügig mit dieser Milch, die wir auch beide getrunken haben. Ich darf nur nicht sterben. Das sollte aber eigentlich nicht mehr passieren. Also eigentlich sollte es nicht mehr passieren. Okay. Oh. Aber die haben irgendwie so einen miesen... Ja, diesen Angriff, meinte ich, der so mies ist und mir schläft mein Fuß gerade ein. Deswegen setze ich mich mal eben um. So, ähm... Okay. Nicht geklaut, Isa. Eher ausgeliehen. Ausgeliehen? Ich möchte gerne mit diesem Streamer darüber reden, was er sich eigentlich erlaubt, dich als Moderator zu rekrutieren. Dann hast du einen festen Vertrag mit mir. Und es kann ja wohl nicht sein, dass, äh... Ne? Nein, Quatsch. Alles gut. Und hey, rate mal in besten Stream ich eben war. Oh! Jetzt aber jetzt kommst du noch, dass du den vorziehst. Oh, jetzt hab ich meine... Oh, jetzt hab ich schon wieder meine... Kombo, die echt spektakulär ist. Und ich sie immer noch mag. Und die einfach darum geht, einen Schild zu werfen. So. Ich komm mal eben vorbei, räume ein bisschen auf. Fertig. Oh! Brigade. Yeah! Justin ist Level 31 gerade gewonnen. So. Hier sind keine Monster. Schade. Nehmen wir diese Monster. So. Das hat so eben nur meinen halben Satz gelesen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das liegt aber auch daran, weil es ein bisschen anstrengend ist, mit dem Auge das richtig zu lesen. Und weil ich dann auch hier ein bisschen mehr darauf konzentrieren muss. Und wir kommen zurück. Ähm... Ziehen wir die ganzen Monster mal zusammen? So, was hab ich jetzt... Ähm, ich hab nen Vertrag. Also, ja. Du wirst, äh, nicht dafür bezahlt. Das war dann ne Willenserklärung abgegeben. Oh, krass, der ist aber auch nicht schlecht, der Hieb, ne? Aha, ja. Nehmen wir alles zurück. Der Hieb ist doch nicht so krass. Ähm, da kamst du. Okay, das ist ein... Oh, okay, so was hab ich jetzt, ähm... Und ratet mal, in welchem Stream ich eben war und warum ich den verlassen habe. Ja, aber das hab ich doch gerade richtig verstanden dann. Was hab ich jetzt schon wieder gemacht? Ich weiß es nicht. Monster, Monster, Monster. Kommt doch mal bitte alle her. Hatsch top, du blöder Hexa. Wie konnten wir den nur übersehen? Dark, geh mal bei Twitter rein. Bekommt einen exklusiven Screenshot. Ihr seid so gemein. Ihr seid so gemein. Ich will unbedingt wissen, was ihr da schreibt. Und ihr seid so gemein zu mir. Womit hab ich das verdient? Womit? Nein, nein, nein. Oh, Gott. Oh! Ja, ich gebe zu, ich seh die Gegner nicht mehr. Tab Nummer 10 auf. Alles klar. Wieso hast du so viele Tabs auf und guckst du auch alle Videos von mir parallel? Das ist mein Job. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Aber ich bin nicht mehr. innen und Unglöser-gibliothek sind da, und dann hat du noch ein Gericht-Gibliothek sich einigen Jetsch haben. Jetsch. Jetsch du noch.